Cheers, Freunde. Ich habe mich gefragt, ist Social Media peinlich? Okay, ihr wisst, dass ich immer die Realität zeige, erzähle ich euch jetzt auch gerade von meiner Panikattacke. Und ich muss jetzt erstmal selber runterkommen, weil das gerade mal fünf Minuten her ist. Also versteht mich nicht falsch, Panikattacken sind wirklich schlimm und ich habe hier wirklich Mitleid. Die Frage ist halt nur, wird es besser, werden wir alle weniger Panikattacken haben, wenn wir uns fünf Minuten danach erstmal für TikToks filmen? Zeit für Yoga. Das war die beste Yoga-Position, die ich je gesehen habe. Was? Moment mal, es gibt noch eine bessere. Was soll ich sagen, Freunde? Gebt niemals auf. Glaubt an eure Träume. Ha! Zeit für den Reverse-Hoodie-Prank. Oh mein Gott! Aua, wie versteht sich Inscope eigentlich mit den Frauen, mit denen er streamt? Du weißt ja auch nicht mit jeder irgendeinen Geschlechtsverkehr, mit der du gestreamt hast. Hm?